ARD Text im Auftrag von Funk Ach nö! Max! Was geht? Wo fahren wir hin? Österreich! Oh genau! Ins Klein-Weißertal! Hallo! Wir haben ja auch neue! Guten Tag! Hallo! Philipp! Ja! Wut ihr liebt? Ja! Ja! Oh ja! Oh ja! Julia hat gesagt, das ist... Äh... Ach du Scheiße, das ist hell! Das hat alles mit Fußball überhaupt gar nichts zu tun! Uli! Was dann? Bist du schon gehypt? Total gehypt! Total gehypt und batschnass! Scheiß Regen! Ja! Ah! 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 Ja! Hast du Hunger? Ja! Uli! Uli! Was gibt's hier zu essen? Süß-deftig Ei mit Senf und Maggi! Killerei! Bring dich das um, wenn du das isst! Ich kann's ja mal versuchen! Willst du dich mal umbringen mit einem Ei? Ne, nicht mit einem Killerei! Das ist die neuste Selbstmordart, die ist zu sein Inn! Okay! Ja, willst du das mal probieren? Ne! Ich glaub für mich gibt's heut nur ne Banane! Wow! Opa ist da! Lars, da wohnst du! Samo! Was willst du? Stress oder was? Ah! Zum Smol! Ja, komm doch! Uliiii! Statement zum Uli! Statement zum Uli! Was? Statement zum Uli! Was? Statement zum Uli! Berge! Jussi, hast Bananenschal dabei! Lars, wieviel Tomaten haben wir hier? Zehn Packungen! Das stimmt! Herzlichen Glückwunsch! Chilli! 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 Chilli kommen in Chilli! Chilli kommen in Chilli! Was ist denn hier? Chilli! Mexikoabend Chilli! Chilli! 20 Äpfel, 4 Salatbürgen, 10 mal kleine Tomaten, 25 Bananen, 2 Sekt Möhren, 10 Paprika, Rot, 4 mal Heißbergsalat, Melone, 4 Kilo Verkaufen, 2 Kilo Paprika, Bump. Brauchen wir jetzt, Uli? Wir brauchen Eier für die Crepe und fürs Rührei. Keine Eier? Keine Eier. Tiefkühlrosti. Sechs Packungen Tiefkühlrosti. Uli, wir haben die Tiefkühlabteilung entdeckt. Sehr gut. Melone. Uli, bitte. Haben wir genug Tomaten? Ich denke. Uli, hast du die Kühlschon eingerichtet? Nina mich. Hauptsache, das Mackie steht auf dem Küchenkreis. Oh, dein dumme Laber, ich kann's schon nicht mehr hören. Bergpferde, fast so selten die Atomkraftwerke. Schreiben Sie die aktuelle Flüchtlingskrise in drei Worten. Kreise. Danke. Die Nina ist nicht richtig wach. Deswegen der Kaffee. Ich sehe doch aus wie Scheiße. Jetzt geht das wieder. Jetzt geht das wieder. Das lasse ich drin. Wir haben hier eine Zeitschall-Dur. Ob die tickt? Tatsache. Hier eine Verlängerung. Oh, ich habe mir einen Stich geholt. Solo an ist im Auto. Wie groß? So. Wie kaufte das? Oh Gott. Ich hoffe, ich habe es dir im Stich auch nicht um den Kopf. Aber irgendwann sind ja eh so viele Fliegen. Der ist ja auch ein Passwort. Ah! Was? Was? Ich bin aus siebter Himmel. Ah! 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 Ah!